Hey, was geht ab liebe Finanzfreunde und Aktien-Enthusiasten? Heute haben wir ein absolutes Power-Paket an Aktien auf dem Radar, das euch umhorn wird. Es wird elektrisierend, stylisch und stark, denn wir werfen einen genauen Blick auf drei spannende Unternehmen. Alphen, die Vorreiter der Energiebranche, TJX, die Meister des Einzelhandels und American Tower, die wahren Giganten der Kommunikationstürme. Aber bevor wir loslegen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Aktienanalysen verpasst. Und teilt das Video gerne mit euren Freunden, damit auch sie von diesen heißen Tipps profitieren können. Und natürlich darf der Hinweis nicht fehlen, dass dies wie immer keine Anlageberatung ist und du selbst entscheidest, was du mit deinem Geld machst. American Tower ist ein echt spannendes Unternehmen, das sich in der Telekommunikationsbranche tummelt. Sie sind hauptsächlich für den Betrieb von Funktürmen verantwortlich, auf den Mobilfunkanbieter ihre Antennen platzieren, damit du unterwegs immer super Handyempfang hast. Warum könnte das für uns als potenzieller Investor interessant sein? Nun, unsere heutige Gesellschaft dreht sich ja praktisch um das Internet und ständige Erreichbarkeit. Die Nachfrage nach Daten wird immer größer, sei es für Social Media, Streaming oder Online Gaming und da kommen die Funktürme von American Tower ins Spiel. Je mehr Menschen ihre Smartphones nutzen, desto mehr Antennen und Turmstandorte werden benötigt, um die Datenflut zu bewältigen. American Tower ist schon lange in diesem Geschäft und hat viele Standorte in den USA und international, was ihnen eine starke Marktposition verschafft. Außerdem haben sie langfristige Verträge mit den großen Telekommunikationsunternehmen, was für eine relativ stabile Einnahmequelle sorgt. Ein weiterer interessanter Punkt ist die sogenannte 5G-Revolution. Mit dem Ausbau des 5G-Netzes steigt der Bedarf an neuer Technologie und Standorten für die Antennen. American Tower könnte davon ordentlich profitieren, da sie bereits vorbereitet sind und bereits eine Menge Standorte für den 5G-Ausbau parat haben. In den letzten 10 Jahren hat die Aktie von American Tower eine beeindruckende Performance von 192% erzielt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt hat. Das ist sicherlich ein erfreuliches Ergebnis für langfristige Investoren und zeigt, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum ein solides Wachstum verzeichnen konnte. In den letzten 5 Jahren beträgt die Performance etwa 40% pro Aktie. Das ist immer noch eine positive Rendite, jedoch im Vergleich zu den 10 Jahren etwas bescheidener. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Aktienperformance im kürzeren Zeitraum etwas volatiler ist, da sie von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden kann, einschließlich der Marktbedingungen und unternehmensspezifischer Ereignisse. Es ist auch erwähnenswert, dass es im kürzeren Zeitraum eine negative Performance von bis zu 32% gab. Solche Schwankungen können vorkommen und hängen oft mit Markttrends, Branchenentwicklungen oder unternehmensspezifischen Nachrichten zusammen. Die Dividendenzahlung ist ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung einer Aktie wie American Tower. Für das Jahr 2022 zahlten sie 5,22 Euro Dividende je Aktie aus, was schon mal nicht schlecht klingt. Es ist immer schön, wenn Unternehmen einen Teil ihrer Gewinne an ihre Aktionäre zurückgeben. Besonders interessant ist, dass American Tower seit 10 Jahren die Dividende jedes Jahr erhöht hat. Das ist definitiv ein gutes Zeichen und zeigt, dass sie eine solide Dividendenpolitik haben und bestrebt sind, ihre Aktionäre zu belohnen. Noch beeindruckender ist die durchschnittliche Dividendensteigerung der letzten 5 Jahre mit 17%. Das bedeutet, dass die Dividende jedes Jahr im Durchschnitt um 17% gewachsen ist. Das ist wirklich beachtlich und zeigt, dass das Unternehmen nicht nur Dividenden ausschüttet, sondern auch bestrebt ist, sie kontinuierlich zu steigern. Solche Steigerungsraten können langfristig zu einer attraktiven Gesamtrendite für die Aktionäre führen. Natürlich gibt es bei jeder Aktie Risiken und das gilt auch für American Tower. Hier sind einige der Risiken, die du bei der Betrachtung dieser Aktie beachten solltest. Abhängigkeit von der Telekommunikationsbranche Da American Tower hauptsächlich Funktürme für Telekommunikationsunternehmen betreibt, ist das Unternehmen stark von der Gesundheit und dem Wachstum der Telekommunikationsbranche abhängig. Ein Rückgang der Nachfrage nach Mobilfunkdiensten oder Veränderungen in der Branche könnten sich negativ auf das Geschäft von American Tower auswirken. Zweitens, der Wettbewerb Die Branchen für Funkturm und Infrastrukturdienste ist wettbewerbsintensiv. American Tower steht im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die ähnliche Dienstleistungen anbieten. Ein verstärkter Wettbewerb könnte die Preise und die Profitabilität des Unternehmens beeinflussen. Drittens, regulatorische Risiken Da das Unternehmen in verschiedenen Ländern tätig ist, unliegt es verschiedenen Regulierungsbehörden und Vorschriften. Änderungen in diesen Vorschriften könnten sich auf das Geschäft von American Tower auswirken und zusätzliche Kosten verursachen. Viertens, die Telekommunikationsbranche ist bekannt dafür, dass sie sich schnell entwickelt. Neue Technologien können bestehende Infrastruktur überflüssig machen oder das Geschäftsmodell von American Tower beeinflussen. Eine schnelle Verbreitung von drahtlosen Breitbandlösungen oder Änderungen in der Art und Weise, wie Daten übertragen werden, könnten Auswirkungen haben. Und zu guter Letzt, Naturkatastrophen und technische Störungen Naturkatastrophen oder technische Störungen können die Infrastruktur von American Tower beschädigen und zu Betriebsunterbrechungen führen, was zu zusätzlichen Kosten und Einnahmeverlusten führen kann. Obwohl die Aktie von American Tower in den letzten Jahren eine beeindruckende Performance gezeigt hat, befindet sie sich derzeit im Abwärtstrend. Das bedeutet, dass der Aktienkurs in letzter Zeit tendenziell gefallen ist. Bevor du eine Entscheidung triffst, die Aktie zu kaufen, ist es ratsam, sie zunächst noch eine Weile zu beobachten. Schau dir an, wie sich der Abwärtstrend entwickelt und ob es Anzeichen für eine Umkehr oder Stabilisierung gibt. Marktbedingungen können sich ändern und es ist wichtig, ein klares Bild von der aktuellen Lage und möglichen zukünftigen Entwicklungen zu bekommen, bevor man investiert. Ich halte aber auf lange Sicht ein Kursziel von 225 Euro für realistisch. Dies würde einer Performance von guten 30% entsprechen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich die Aktie derzeit im Abwärtstrend befindet. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme könntest du einen Stoppkurs bei 150 Euro setzen. Das kann helfen, Verluste zu begrenzen, falls der Aktienkurs stark fallen sollte. Wir werfen heute einen Blick auf TJX. Das ist die Firma hinter bekannten Marken wie TK Maxx, Marshalls und HomeGoods. Also wenn du gerne mal Schnäppchen beim Shoppen machst, könnte TJX für dich interessant sein. Auch wenn die Aktie derzeit kein Schnäppchen ist. Zunächst mal, worum geht es bei TJX? Sie sind ein Unternehmen im Einzelhandel und gehören zur Kategorie Off-Price Retailer. Aber im Grunde bedeutet es, dass sie Markenbekleidung, Schuhe und Accessoires zu super günstigen Preisen anbieten. Das ist echt super, wenn du Designerklamotten liebst, aber nicht Unmengen dafür ausgeben möchtest. Jetzt zur spannenden Frage. Wie hat sich TJX in letzter Zeit geschlagen? Ehrlich gesagt sind sie ziemlich gut dabei. Ihre Geschäfte laufen schon seit einiger Zeit prima und ihre Kunden sind happy wie nie zuvor. Der Grund ist, dass viele Leute auf der Suche nach erschwinglichen und dennoch stylischen Produkten sind. TJX bietet genau das und hat damit eine ziemlich treue Fangemeinde aufgebaut. Okay, jetzt zur Finanzseite der Dinge. TJX hat eine solide Bilanz und ist finanziell gut aufgestellt. Das ist immer ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass das Unternehmen klug mit seinem Geld umgeht. Wenn du in Aktien investieren möchtest, ist das ein wichtiger Aspekt, den du im Auge behalten solltest. Wow, da geht ja die Performance von TJX richtig ab. In den letzten 10 Jahren haben sie beeindruckende 224% an Wertzuwachs erzielt. Das ist wirklich beachtlich und zeigt, dass TJX in der Vergangenheit eine starke Performance hingelegt hat. Wenn du vor 10 Jahren in diese Aktie investiert hättest, könntest du jetzt ein breites Grinsen auf dem Gesicht haben. Aber es wird noch besser. Auch in kürzeren Zeiträumen konnte die Aktie eine positive Performance verzeichnen. Das bedeutet, dass TJX auch in den letzten Jahren gut abgeschnitten hat und nicht nur in der Vergangenheit Erfolge erzielt hatte. Und für das aktuelle Jahr gibt es noch mehr Grund zur Freude, denn die Aktie hat bereits fast 7% an Wert zugelegt. Das ist wirklich klasse, wenn man bedenkt, dass das Jahr noch nicht einmal vorbei ist. Natürlich kann sich die Performance im Laufe des Jahres ändern, aber bisher sieht es definitiv vielversprechend aus. Aber auch hier möchte ich betonen, dass die Vergangenheit nicht immer die Zukunft vorhersagt. Zuletzt zahlte TJX eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie. Das bedeutet, wenn du Aktien von ihnen besitzt, bekommst du für jede Aktie 1,05 Euro als Belohnung. Einfach so. Das ist doch wie ein kleines Geschenk für dein Vertrauen in das Unternehmen. Aber das Beste ist, dass TJX ihre Dividende in den letzten 5 Jahren umdurchschnittlich 12% erhöht hat. Das ist wirklich beeindruckend. Ich habe ein klares Kursziel vor Augen. 90 Euro pro Aktie. Das ist ein ehrgeiziges, aber realistisches Ziel, basierend auf der bisherigen Performance von TJX und dem positiven Trend, den die Aktie in diesem Jahr zeigt. Absichern kann man den Kauf bei einem Stoppkurs von 55 Euro, falls es doch deutlich nach unten gehen sollte. Ich habe da was Spannendes für dich. Alphen, ein niederländisches Unternehmen, das sich auf Energieinfrastrukturlösungen spezialisiert hat. Und hey, keine Sorge, ich werde hier nicht mit Fachchinesisch um mich werfen. Versprochen. Also stell dir vor, Alphen ist wie der Blitz, der in die Energiebranche eingeschlagen hat. Die Jungs und Mädels dort haben sich auf clevere Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und smarte Stromnetze spezialisiert. Mit dem Aufstieg der Elektromobilität und der Nachfrage nach erneuerbaren Energien sind sie in einer verdammt guten Position. Die Firma hat schon einige beachtliche Partnerschaften und Projekte an Land gezogen. Von führenden Energieunternehmen bis hin zu Regierungen, sie haben alle an Bord. Man könnte sagen, Alphen ist so in wie ein Influencer auf Instagram. Sie haben die Energiebranche im Sturm erobert. Aber wie sieht es mit der Performance aus? Nun, die Aktie hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum gezeigt, fast so schnell wie der Flitzer von Lewis Hamilton auf der Rennstrecke. Aber du weißt ja, Aktienkurse können auch mal Achterbahn fahren. Das ist Teil des Spiels. In den letzten 10 Jahren hat diese Aktie eine sagenhafte Rallye hingelegt und ihren Wert um fast 340% gesteigert. In den letzten 12 Monaten hat sich der Wind ein bisschen gedreht. Der Aktienkurs von Alphen befand sich im Abwärtstrend, als wäre er auf einer Wasserrutsche nach unten gerutscht. Man könnte sagen, die Aktie hatte eine kleine Achterbahnfahrt, aber keine Sorge, Achterbahnen haben auch ihre Höhen und Tiefen, oder? Ich erwarte auf lange Sicht ein Kursziel von 78 Euro. Das wären satten 40% Performance. Aber bevor du voller Enthusiasmus den Kaufknopf drückst, lass uns ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wie ein echter Meisterdetektiv wollen wir den Aktienstart im Auge behalten, wie Sherlock Holmes auf der Jagd nach Hinweisen. Bevor du den Schritt machst, solltest du sicherstellen, dass der Kurs sich gedreht hat und es wieder bergauf geht. Sichere dich ab, indem du eine Stop-Loss-Marke bei 50 Euro setzt. So begrenzt du potenzielle Verluste und kannst ruhiger schlafen, falls die Dinge nicht wie geplant laufen. Timing ist entscheidend und Geduld zahlt sich oft aus. Wie beim Warten auf deine Lieblingsserie, die endlich online gestellt wird. Beobachte den Aktienstart, analysiere die Entwicklung und warte auf den richtigen Moment, um einzusteigen. Wenn euch meine Einschätzungen und das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Bis dahin, ciao!